hallo so leute zu einem neuen minecraft projekt und ich bin nicht alleine denn ich habe den jan dabei und wir werden so lange spielen bis dass der tod und scheidet und das ist unser unser projekt wir spielen hardcore survival und unser ziel ist es alle ich habe das erste achievement wir spielen ich schlag dich mal nicht so dass was ich eigentlich sonst immer machen würde ja genau unser ziel ist es nicht da sondern da alle achievement zu kriegen soweit es uns möglich ist und es ist normal dass es mal so wenig angezeigt werden erst entwickelt sich nachher das ist ja faszinierend okay ich mit auch ein bisschen auf holz klopfen und ja ich bin mal gespannt wie weit wir nicht bauen block zum zweiten mal ab es ist echt unwitzig dass wir bei nachts wollen da kommen wir schon die ersten besucher sommer für den fünften tag machen also ich glaube diesen baum macht der baum hat spawn protection wahrscheinlich das ist ja super dass wir diesen blog abbaum bevor ich gehe ich habe den baum auf holz geklopft oh mein gott spinne spinne töte die kuh ich habe drei fleisch das gut und ich habe sie zu dir perfekt 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 noch ein bisschen holz abbauen schnell mal ein bisschen holz ich finde es immer noch sehr cool ich weiß nicht wie das ob das an meinem texia pack liegt aber wenn der lebensbalken sind bei mir anstatt herzen da kommt übrigens creeper nein okay gut damit ja wäre der fall eingetroffen alter war hinter mir auch noch einer oder was das war nicht der formel oder da war zwei nehmen okay gut damit wäre der fall eingetroffen den wir befürchtet hatten dass es passieren kann denn wenn wir innerhalb der ersten folgen sterben wollen wir einfach neu starten und ja das machen wir einfach gleich und starten aber dann dieses mal bei tag und da sind wir wieder und wir haben den gleichen zieht aber hier ist glaube ich wahrscheinlich spawn protection deswegen ein paar schritte weg den gleichen zieht die welt komplett neu gestartet und ich hoffe dass wir gar nicht mal zu weit weg sind weil der alte spawn ganz cool gewesen sein soll und mir wurde eine sache gerade noch gesagt als ich den server admin warte mal ach so du hast ich kann sagen ich hatte mich gerade gewundert dass ich zweimal das achievement das war deins so aber wir haben jetzt diesmal sind wir auch bei start getagt bei den tag gestartet was doch ein dezenter unterschied ist gegenüber von von vorhin ja ich würde auch gerne das ganze holz einfach umwandeln zack noch mal sagt erstmal grund grund ausstattung hier herrichten so eine spitzhacke eine achse eine schaufel und dann brauchen wir zwei schwerter sonst habe ich ein stick zu viel wird wenn ich trotzdem schon mal brauche ich sowieso fürs achievement und ich habe apfel gefunden leist und was du vorhin sagt das fände ich auch ziemlich cool nämlich die herzen die einfach jetzt anders aussehen ist glaube ich in jedem texturen paket wenn man das so ein bisschen das sieht einfach das sieht richtig aus und aus meiner meinung nach also was habe ich denn jetzt erst mal wieder erfolge angucken so ach jetzt muss ich scheiße ich musste erst den crafting table machen und dann ein schwert bauen das heißt ich baue mir noch ein schwert zack drei schwerter im inventar ok 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 so erfolge so fangen an zu ackern lassen wir so ein bisschen wiese suchen und auf dem weg alles weg schnetzeln was wir an tieren finden aber mache ich mir schon mal warte lassen stehen ich würde mir noch gerne eine hacke machen ich sehe schafe hasen das ist sehr gut weil halt schafe auch inzwischen gleich komm schon spawn protection mega mies schaft dürften doch jetzt auch mit einer der besten aus wenn ich das muss ich im kopf haben wir sind super von nahrungspeller ich glaube kühe sind trotzdem insgesamt noch effektiver und cooler hause bleibt hier sagt fangen an zu ackern ich bringe immer mit ihr das ding zack da mal essen brauchen würde ich gleich mal ein bisschen stein schon mal besorgen aber muss sobald was so ein kleiner hase ist gar nicht direkt die erste wolle noch mit die du da gedroppt hat also trocken lassen hast und das eisen lasst direkt mal hier das mitnehmen also erst mal kurz einen stein spitzer geboren hier ist jetzt sind man da sind nach den teilen musst du ja sowieso auch machen ich habe ja schon ich meine stadt muss so keine stein spitzer posten doch ja klar das schlimmer ist ich habe immer schiss dass jetzt hinter mir irgendwann kommt ja okay da ist nicht mehr viel zu tun heiße angenehm bau einen ofen okay das kriegen auch noch hin aber das eisen will ich trotzdem direkt mitnehmen ja ja klar so ein eisenschwert wäre vielleicht ganz nice am anfang das vögel zwitschern ist im spiel oder sicher ist es ist sehr beruhigend das hat einen sehr tollen flair ich habe genau jeder kann jeder kann gleich auf jeden fall schon ein eisen rausnehmen da haben wir schon mal das achievement und können ein scharf so wolle ist natürlich gut weil wir unseren spawn point versetzen können du musst auch noch offen ich werde hier mal schon ein bisschen kühe und so weit noch jagen das bau von versetzen ist sowieso scheißegal genau das heißt das nachts geben wenn wir halt deswegen wird gut immer schnell schafe finden dann können wir die scheiße die wir gerade hatten gekonnt überspringen so ich habe schon ein level zusammen müssen gleich mal in den ofen ein bisschen was an futter ein hauen ich würde jetzt schon nicht mehr regen ok sprinte gerade auch immer ein bisschen schneller vor nacht noch genug kühe abzuschlachten dieser berg sieht cool aus generell würde ich gerne mal auf die berge latschen gleich man munkelt dass da coole sachen sind ja ich bin wie gesagt ich würde mir für den anfang auch erst mal quasi kleines zu hause bauen wo wir dann anfangen können wir haben jetzt ich habe jetzt noch mal 15 fleisch das ist schon mal sehr gut ich kann das nicht mehr sprinten ist da unten unser offen das ist natürlich noch einen zweiten aufnahmen ja guck mal hier sind zwei rufen ich packe schon mal meinen mein schwert da rein immer wieder schwert an du kannst du das eisen daraus denn ich habe das achievement schon hast du perfekt schmiedekunst ich würde mir da muss ich dran wo ich habe so schnell das hinter mir auch ein eisen gibt es da können wir beide ein schwert machen da haben wir es super zack ich würde gerne das eisen erst mal rausnehmen und das rindfleisch reinpacken die holzkohle da rausnehmen weil ich hier vor hunger gleich sonst so und auf jeden fall wo ich gerade schon mal ja angefangen zu erzählen wir sammeln hat wie gesagt achievements es wird hinten raus sehr schwer der anfang ist natürlich jetzt relativ entspannt wo ist noch ein apfel sehr gut informiert es ist nicht witzig es ist hinten raus nicht mehr witzig weil hinten raus wirklich richtig heftige sachen bei sind vor allem wenn da so ein fliegendes ich ich kotze dich mit meinen eigenen schädeln an geschöpft das ist nicht ganz so schön dass noch ein apfel alter ist die apfel drop chance in 18 höher habe ich das letzten habe ich habe doch hier ja genau ich habe auch gerade schon einen von deinen glaube ich eingesammelt gehabt deswegen aber setzen können wir auch gut einsammeln damit können wir noch am anfang gut feuern in den öfen ich verfeuere gerade mein holzkopf was ich nicht mehr brauche alter ich wollte auch noch mal reinmauern ich verschneide holzkopf ich wollte eigentlich eine steinachs noch bauen kann man aus wie heißt das zeug hier diurid und sowas kann man daraus auch ich baume gerade erst mal werkzeug alle noch aus allesamt aus stein ein bisschen abgraden hier ja ob das halt auf den stein ich glaube nicht ich glaube nicht die holzkohle jahre war die andere da noch nicht rein da kann auch das werkzeug rein ach so aber da können wir eisen rein zack holzkohle raus da die hake brauche ich jetzt auch nicht also die schaufel so an der sieht und so ist eigentlich er deko material für die 1 8 das ist jetzt nicht ganz so wichtig für uns das ist wirklich entspannt jan ich wünschte die vögel würden jedes mal im hintergrund sein und damit mache ich jetzt nicht deine familie ich habe aber schiss dass wir in diesem loch bleibt wird definitiv daraufhin hügel wollen weil wenn hier monster von uns von allen seiten belagern du kannst halt ein werk relativ safe noch das schöne am anfang ist eine offene ebene halt zum weit gucken besser ich will noch mal ein bisschen ein bisschen eichenholz hier abbauen damit wir vielleicht müssen und falls wir nicht schlafen können weil die monster schon zu nahe sind dass wir wenigstens dann drin verweilen können wie viel wolle hast du zwei ich habe auch zwei das ist eine unglückliche anzahl die sache ich halt schon langsam dem ende dann lass nimm alles mit was du da unten drin hast da hatte ich jetzt vor ich werde mir eben noch sonst werden wir es nie nutzen ich weiß es nicht viel aber hier das leder was ich gesammelt habe ach da hinten sind noch kühe schade hätte ich doch warten sollen lass die kühe auf jeden fall mitnehmen ja das wäre jetzt auch scharfe scharfe kühe weil kühe kann uns wenigstens lederrüstung raus machen für den anfang beziehungsweise wir haben eigentlich können uns vielleicht zwischen eisen rüstung gleich ein bisschen machen noch mal ein bisschen eisen finden ok die haben nicht viel gedroppt aber immerhin da oben sind auch noch mal hühner jetzt noch zwei lass mal hier auf den berg straten mal ob die fein ja das war nur kurz cool aus klettern wir mal ich glaube ich kies hier ne das ist ein kies berg also sehr vorsichtig wenn ihr jetzt zum beispiel hier habe ich keine schau ich habe keine schaufel gebaut durch elegant scheinbar oh mein gottes wird und dann der sound von den dungeon mitnehmen muss man immer tag noch sortieren so von sachen wo was ich sehe ich schaffe ich schaffe oben ja in meiner richtung ja ich weiß nicht wo du bist aber ich glaube erst mal so weit wie es geht hier sind vier stück sehr nice da dürfen wir noch genug wolle rauskriegen wollen wir das jetzt noch vorher schaffen wo bist du wo bist du hinten durch quasi hinten durch quasi sehr schön da hast du hast du auch ein bisschen holz ich hab ich hab ich hab ich hab hier ist wichtig sonst ich hab 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 hier ein bisschen klemmann und reinbauen andere kommt einfach schon her einfach schon her Äh, Crafting Table, äh, hier. Gib mir ein Wolle, gib mir ein Wolle. Brauchst du noch Holz? Ja. Ja, sofort. Gib mir alles an Wolle, dann baue ich schnell zwei. Oh mein Gott, ich werd nervös. Ich verteidige dich. Sollte etwas kommen. So, und rein, 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 rein. Komm, Jan! Oh mein Gott, ich liege doch. Oh, Alter, jetzt nimmst du den, nein, dann, ja, genau, nimm beide mit. Guck mal, es brennt. Burn, Baby, burn. Geil. Ersten Tag überlebt. Nein, ne, ich taue mit, ich haue den jetzt nicht. Dann brenne ich nachher und verrecke daran. Haha, Monsterjäger, Achievement. Schön abgesnackt. So, gut, ähm. Ein bisschen Kohle ist immer gut, ne? Level müssen wir sowieso farben damit. Ja, aber ist halt der einfachste Weg. Ah, da ist auch noch ein bisschen Kohle. Ähm, ja, gut, ich würd sagen. Aber machen wir die erste Folge ein bisschen länger, hätte ich jetzt gesagt, ne? Also nicht nur 15 Minuten. Aber noch mal ein bisschen hier, den ersten Tag auf jeden Fall survived. Geil. Geil. Also, es ist vor allem, ich bin ein bisschen da hoch. Ich geh mal kurz einen Zombie töten, den ich dann noch sehen. Achso, ja, du musst ja auch noch, äh, unsere Jäger. Wenn wir sowieso nachher mehrere töten, aber... Ja, aber auch. Also viel wichtiger wäre vielleicht, dass wir da ein bisschen Eisen rankommen. Hier ist ein fliegender... Hier ist ein fliegender Kiesblock. Das ist ja cool. Oh, mein Gott. Skelett. Zack, zack. So, ähm. Kurz mal gucken hier, Erfolge. Äh, hast du noch die Hake? Fang an zu ackern. Ich hab die Hake... Guck mal her, genau. wenn ich da irgendwann ab verschießen habe. Geht hier nichts abzubauen. Na. Aber Schiff mich. Na, Keins, muss das ja überbauen. Ernsthaft? Ähhhh... Ja, offensichtlich. Gut, ich werd mal hier weiter auf'n Berggeltern noch mal so'n bisschen rumgucken. Ähm. Ähm. Was dann? Die hier auf dem Berg hat ziemlich viel überlebt. Ja, okay, Creeper und Sklid denn wasser da, ne? Ich heiße noch gar nicht ran ans Wasser. oder uns zuckerrohr das brauchen war zuckerrohr ist fein ich will auf jeden fall blöcke unten im inneren inventar leiste haben so ein bogen wie ich nachher auch haben wir kommen auf den ersten slot da hinten so mein bett kann auch noch in die leiste dieses fliegende kies etwas das ist cool ich würde gleich mit dir da zusammen das abreißen das war noch hierhin ich bin gerade so ein bisschen überlegen wie ich mein inventar sortiert dass ich das geschmeidig alles überlebe natürlich ein bisschen umgucken soll zuckerrohr habe ich schon mal sieben stück dann können wir erst mal anfangen knochen cool so mein inventory ist so voll die frage ist gehen wir in eine höhle rein fühlt es halt mega strange aber wir brauchen sie so eisen sonst müssen besser zu kippen das hätte ich würde eigentlich am liebsten so schnell wie möglich eine weizenfarm ansetzen damit wir eine safe nahrungsquelle haben fürs erste wir können wir könnten auch als biome ablaufen so sonst immer in minecraft ach ja chili willi ich hier oben jetzt bist du einmal im hardcore hast schon einmal richtig auf fresse gekriegt werden zieht man sich die eier richtig ein bisschen strange so hier haben wir eine ganz schöne ebene ebene obendrauf das sieht schon mal ganz geil so schlecht aus ich will auf diesen hohen berg drauf tim sagte noch so aus spaß ja geh auf den berg drauf da ist was tolles und jetzt will ich wirklich sehen ob da was tolles ist und das ist wenn wir einen hohen hier mal zack dort müssen wir vielleicht mal den ofen aufstellen aber gesagt wenn du halt solche ebenen hier so durchstreifst kannst du halt so viele tiere farmen dass du einfach mehrere stacks halt hast ich würde gerne unsere koordinaten grob ich habe sie ich kann sie nicht anzeigen eine facecam drüber ist der facecam moment hast du was zu schreiten ja der moment x ist 20 x 20 ja 95 gerade und 80 falls wir zu unserem sport zurück wollen also gegen 0 0 0 ja genau so ein paar hühner noch mitgenommen das auch mal gut ich will rechts auf diesen berg drauf das fichtenholz ist jetzt ein bisschen scheiße bergrunter das wasser mein freund ja ich riskiere aber kein komp- alter wenn du jetzt verreckt wärst ne alter da ging der zweite tut wenigstens auf mich so erstmal hier alle safe schöne lederkap hast du übrigens meine güte nein 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 immer diese berge das alles aus kies ist bin ich viel faszinierender die kies berge halt so nicht so viele bekanntschaften mit lademasse aber ja sehr schön pilz ich sehe ein pilz ach das ist aber dingswald ach so verdammt zu kurz so einmal so das ist nur so ich hatte kurz panik dass es so was cool sein könnte alle sand panik dass es cool sein könnte ja allein ist auch mal die ebene ok ich hätte auf der ebene können relativ viele tiere sein ich sehe kürbis ein kürbis auch nicht schlecht was sind hier alter und ist dann noch dran alter verreckt mir nicht aber ein herz ja 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 ist gut ich habe es verstanden also das für das für das gefögel in deinem hintergrund war mir lieber ein bisschen herum suchen mit optifine wasserfall ein paar hühner nehme ich auf jeden fall mit und dann würde ich sagen hätten wir die erste folge im zweiten versuch überlebt allein komplexer genau stirbt vor mir nicht da unten ich hätte gern mehr tiere eigentlich als team so sagte da oben ist bestimmt was cooles guck mal da oben drauf dachte ich nicht dass er die aussicht meint sondern dass er so geil lassen villager dort verpasst er lieber nicht mehr gebetet ja wahrscheinlich sind wir jetzt woanders gespawnt als beim ersten versuch und sind jetzt doch irgendwo nur im scheiß gebiet so wissen du ich vergraden auch hinter die sulien gelaufen im kreis gelaufen gut dann würde ich sagen dann würde ich sagen bis zum nächsten mal leute wenn es wieder wenn wir wieder weiter minecraft spielen bis dass der tod uns scheidet bis dann tschau 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 3